So Leute, zum Harman Kardon und wir wissen ja, Harman Kardon gehört zu Samsung, deshalb steht hier auch Samsung drauf. 20 Watt 4 Ohm ist wie man schon sieht ein älterer Lautsprecher, ich schätze mal auch schon mindestens 15 Jahre. Aber dafür gar nicht lange ich absolut nicht meckern, das ist total okay. So, tschüss bis zum nächsten Video.